hallo zusammen und willkommen zurück zum minecraft jet mit dem castrafter hallo guten tag hallo und der hat sogar die musik angemacht unglaublich was sagt man denn dazu hier wir sind wieder zurück im chat was geht peter voll viel gespielt ja geht so viel habe ich nicht hier gespielt aber wir wollen mal wieder was bringen also ich konnte die letzten tage nicht so wirklich jet auf dem leider leider muss ich sagen weil wir gerade mit einem anderen projekt krass beschäftigt waren muss ich sagen das ist glaube ich richtig geil geil um artico also nicht das projekt sondern ein anderes projekt ja genau kannst du mal schlafen 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 ich lieg ich sehe nur gerade wie die sonne runter geht da dachte ich mir ja warte gehst du mal lieber weg okay ich bin wieder da ich 20 5 5 oder 7 in der mitte wenn du das meinst was ich denke dass du meinst aber ja 5 oder 7 in der mitte so groß war das haar nicht dein ernst ich gucke nach und dann teile ich dir mit ne ich kann einfach ansoomen in der karte 1 2 3 4 5 6 7 in der mitte 7 in der mitte nicht dein ernst 1 2 3 4 5 6 7 so groß dann kommt ein dreier dann kommt ein paar zwei und da kommt wieder der drei und dann wieder das sieben das h in der mitte sind da fünf oder weniger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lang also hoch ja und in der mitte also der querstrich der ist fünf 1 2 3 4 ok passt dankeschön und dann kommen neben dran aber noch zusätzlich die beiden stehenden dinge beim haar wat also die kommen da nicht mit dran boah ist ja kein ding so und dann war das halt lang ne 7 sagtest ja genau ok na peter hat jetzt nicht so gut angefangen aber wir wollten mal einen richtig coolen heli bauen einfach mal weil die noch platz ist und damit wir noch mal ein helipad haben manche haben auch schon 400 helipads aber das wollen wir nicht hab ich ja ob ich jetzt also weiß nicht ist jetzt nicht unbedingt der sinn und zweck warum baust du das haar nicht einfach in dem boden weil ich das gerne ein bisschen erhöht haben wollte ok hast gewonnen also oh mist ich bin mal ich komm mit der tasten maus immer in die tastatur jedes mal mit dem masten da taus was denn die akustik oben im ding weiß ich habe scheibeleiter drin gelassen noch liegt ja warum oder was ja noch mal kurz raus er die zerkratzt ja weiß die kann man ja nicht also ich hätte blöcke für dich gehabt ich wollte keine blöcke warum ach so weil noch nicht fertig war deswegen wie weit vom haar denn entfernt das wir müssen auch kein rundes ding dahin bauen ja ja stimmt aber wäre schon geil einfach so ja die mitte vom haar 1 2 3 4 5 6 von der seite weg von der mitte von der seite halt ne und dann kommt der siebener dann der dreier ein paar zweier dann drei und wieder sieben ja das ist ja egal 1 2 3 4 5 6 das ist einfach nur ein haar den boden rein aus das ist quatsch alter unglaublich so meine hild ist übrigens fertig tada das heißt noch nicht fertig du darfst ihn noch nicht hinstellen lad ihn mal und dann gucken wir gleich was er kann noch nicht fliegen noch nicht fliegen das ist das spoilern für alle noch nicht fliegen warum nicht ja das haar ist noch nicht richtig ach so für die eine bräume redstone ich glaube wir haben zwei ne haben wir kein redstone mehr haben hier kann ich entscheiden wenn man in die propräder wüpf ja vor da wird es so vor rector mäßig weggeschleudert werden und direkt ins und down ja okay du hast alle eisen vernichtet ja alle weg ganze item liegt aus wir haben echt wenig eisen wir haben noch 15 eisen und die sind in meinem inf eisen meinst du nicht du meinst redstone ein eisen eisen reisen aber wir haben auch wenig steine mittlerweile wir haben echt wenig eisen 13 wird sondern wir noch digga das ist das auch nicht so rund wie man eigentlich von von einem hildi pad erwarten möchte ja aber es ist das schönste hildi bin ja ist nicht ganz rund ich weiß aber du wollte ja nicht mithelfen ich habe auch nicht genug wolle ist aber fertig okay ich bin drin du bist drin okay ja ich komme dann wechsel ich jetzt gleich mal auf die hydra was muss denn weg hier peter was muss ich jetzt hinten wir machen heute mal ein bisschen destruction hier ja der scheißbaum der da hängt weg damit ja hier ne der halbe baum links eigentlich aber ist okay okay mache ich auch gleich ich wollte eigentlich ich wollte voll abkacken du meinst das hier der hier ja aber doch nicht mal ein helipad ja ich mache den baum warte fast ne du hast das helipad kaputt gemacht du hast das helipad kaputt gemacht du hast das helipad kaputt gemacht wir dürfen jetzt nicht mehr landen jetzt müssen die ganze in der luft bleiben ne warte achte ich sehe gerade das ist nicht perfekt der wird perfekt warte jetzt muss ich mich nur schnell genug drehen damit man das sieht was schaffe ich nicht ne guck mal hast gesehen oh baum hui nein nein was macht der heiko denn da irgendwie ist die destruction oh guck mal jetzt 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 achte mal oh heller ausgegangen hast gesehen ja krass warte ich muss da ganz kurz weg aber das ist ja ich muss los bruder das war noch mal jemand war noch mal jemand ja hatte noch nicht warte ich gehe hoch das tat aber weh bruder ich wollte nur ein bisschen feuer dabei war ich meine ja da gehst du der propellerflugzeug hast du da nicht nicht hier ist alles schön hier ist und da fällt heike wo ist denn unser eisen im momentar alles nur bisschen und du kannst was rauswerfen warum geht das nicht schwierig wie toll war der heli eigentlich der ja neun plus hier eisen 13 relativ billig eigentlich ne ja dann aber sehr teuer hat das noch eingebaut ja aber das hat einer könnte mal sehen ja warte ich muss nur in der luft bleiben werden das ist das schwierige weil wir dürfen ja nicht landen ne ich versuche mal hier zu droppen achte 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 der droppe habe ich was wenn heli gedroppt ja ich glaube schon ich habe so gut den zaun gebaut jetzt bin ich gelandet guck mal da liegt ja perfekt richtig genial aber ich habe kein sprit mit die beiden reisen heißen heißen ja ich mache dir noch ein ein bisschen spritte voll so den ihr noch mal hier in kann ist die kann ist die neuen kann ist die okay rein ich bin sofort da wollte mal fliegen ja aber willst du nicht deine hedi probieren der fliegt doch mal aber ich habe jetzt gar keine sache um mich zu wehren das hat nicht so fair dann da also voll teuer hier warte mal weiß warum ich das machen musste heiko warum tut mir echt leid aber wir haben nur ein pad gebaut ja und der war nicht so teuer hast du gesagt der ist viel teurer gewesen was sind meine items weg ich hoffe nicht doch die sind mit explodiert in der luft leider nicht mal da gerade ist alles weg alles verloren hey darf ich mitfliegen warum bin ich denn unterm auto äh unterm ding hier wie komme ich denn in den hauptsitz da bin ich normal hey hey lass mich da sitzen geh weg dass mich kaputt gemacht da musste ich doch wie ich komme auf bruder jetzt kommt immer noch mal ein bisschen rein da lassen sich einmal sitzen da bitte okay bitte lass mich auch mal fliegen ich kann da wo wechsle ich denn hier geht das nicht ich habe voll blade gemacht guck mal 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 wir haben alles konfirm gemacht habt ihr gesehen ja alles rückwärts hilfe normal oh hei uiuiui da müssen wir nochmal reparieren sorry ja das ist auch teuer ich darf nicht alles erstören ich bin noch wahnsinnig ich bin noch wahnsinnig was ist das denn ach das ist das botting mit dem weißen feilchen hatte man so macht man baum weg ja nur fast nur bisschen ich hab den baum doch nicht getroffen ja aber hier ist echt geil der ist gut ja man man sieht ihn halt nicht so richtig weil das halten die die ist der kein symbol hat ja unten richtig geiles geräusch auch fast hatte ein stück zurück ja ein bisschen hoch bisschen hoch kannst schlafen gehen ja dankeschön ich dachte du setzt sich da oben in die kanone und schießt den kaputt nein ist ja kein ding drin hey oh sorry boah jetzt ein bisschen schlimm langsam oder was was war das ich glaube der war schlimm langsam da wurde er uns in der folge dort fliegt der heli ja ich glaube auch ja genau wo das auto da noch durchfliegt reinfliegt ja fast fast gut gelandet das war es dann auch so hat kein items mehr kein eisen mehr aber spaß wenn es euch gefallen hat lasst doch immer eine wertung da und ja wir müssen wieder ein bisschen mehr rohstoffe suchen und wir haben jetzt endlich mal ein neues die pad was jetzt noch nicht rund ist macht der heiko dann ja klar und bis zum nächsten part oder ja klar ist ein bisschen kurz wir können hier noch ein bisschen abbauen oder aber da deine leitung ist so schlecht sind wir nicht schon über zehn minuten ja sind wir schon okay dann können wir aufhören ja okay dann hören wir auf aber lass den heli bitte ganz ich wollte noch ein foto machen ok schickst du mir das dann ja gleich machen bis gleich bis gleich tschüss tschüss tschüss